Was ist hier schon wieder los? Die ganzen Vögel wollen fliegen lernen Und was sie hier zustande bringt, ist nicht mehr als ein mieser Fähr Sieh da, der Racker, der mit euch die Fliesen kehrt Was ihr für eure Quali haltet, halt ich für nen miesen Scherz Wegen der Aufmerksamkeit verkleide ich mich als lila Bär Und ich bring euch dicke Dinger, als ob ich ein Dealer wär Bringt mir mal die Gegner ran, wenn ohne Glauben schon am Staunen Ich werd sie mir alle vorknöpfen, so wie Pullover saumen Ohne mit der Wimper zu zucken, werd ich Videos vom Feinsten bringen Es ist nicht eingebildet, wenn ich sag, ich reiß gewiss Ein paar Runden heißen Shit zum Warm werden reicht hier nicht Eigentlich, mach ich hier nur aus Langeweile mit Vielleicht werde ich im nächsten Leben sowas wie ein Superstar Damit ich grandiose Dinge nicht nur mit nem Fußball kann Ura Van, ist meine Fantasie zum Tupaclan Und wenn ich mit dir fertig bin, ist danach deine Mutter dran Dreh die Boxen auf und mach jetzt richtig mit Der Spasti da vorne ist anscheinend nicht ganz dicht Du bist aufgetaucht, jetzt weißt du, was dein Fehler war Randal ihre Dreh am Rad schreibt, bis die Kehle platzt Dreh die Boxen auf und mach jetzt richtig mit Der Spasti da vorne ist anscheinend nicht ganz dicht Du bist aufgetaucht, jetzt weißt du, was dein Fehler war Randal ihre Dreh am Rad schreibt, bis die Kehle platzt Hunger, ich bin heiß auf das Spiel genannt VBT Ihr wollt hier was reißen, ihr seid hierhin verbrannt Aus dem Weg Das einzige, was ihr kassiert, ist Nierenversagen Außerdem hättet ihr verdient, wegen mieser Parts nach Haus zu gehen Alles strukturiert, perfekt durchdacht, ich hab den Masterplan Und wenn ich meinen Gegner krieg, dann ist er total am Arsch Weil ich ihn ausspionieren werde, wie zu Stasi-Zeiten Rumschleim bei der Jury, gibbet nicht, da hilft kein Arsch in Halt Ein Großteil macht auf King und behaupten, sie wären der Baus Doch daheim, die Mütter stellen die Frage, was ziehst du endlich aus? Euer sogenanntes Studio, ein Mic in der Ecke Wenn ihr Party macht, liegt danach auch ein Mic in der Ecke Ihr wollt ein paar Runden ballern? Ja, natürlich, ganz bestimmt Doch nur beim Wichsen ist es sicher, dass ihr was zustande bringt Schmeiß schon mal die Stifte weg, die Texte könnt ihr auch verwenden Der Großteil, der ist eingebildet, also wird er aufgehängt Dreh die Boxen auf und macht jetzt richtig mit Der Spasti da vorne ist anscheinend nicht ganz dicht Du bist aufgetaucht, jetzt weißt du, was dein Fehler war Randaliere, Dreh am Rand schreibt, bis die Kehle platzt Dreh die Boxen auf und macht jetzt richtig mit Der Spasti da vorne ist anscheinend nicht ganz dicht Du bist aufgetaucht, jetzt weißt du, was dein Fehler war Randaliere, Dreh am Rand schreibt, bis die Kehle platzt Dreh die Boxen auf und macht jetzt richtig mit Der Spasti da vorne ist anscheinend nicht ganz dicht Du bist aufgetaucht, jetzt weißt du, was dein Fehler war Randaliere, Dreh am Rad schreit, bis die Kehle platzt Dreh die Boxen auf und mach jetzt richtig mit Der Spasti da vorne ist anscheinend nicht ganz dicht Du bist aufgetaucht, jetzt weißt du, was dein Fehler war Randaliere, Dreh am Rad schreit, bis die Kehle platzt